Hi, ich bin Aaron von BeQuiet. BeQuiet ist der Marktführer für PC-Netzteile seit sieben Jahren und wir stellen heute auf der Computex zum allerersten Mal die komplett neue Serie PowerZone vor. PowerZone kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben als eine günstigere Möglichkeit, die High-End-Features vom Darkport Pro auch zu erwerben. Das ganze Netzteil ist ein Single-Rail-Setup, hat eine Bronze-Zertifizierung, hat aber einen 135mm Lüfter drin, so wie beim Darkport Pro, hat zum allerersten Mal in der Geschichte von BeQuiet ein vollmodulares Kabelmanagement, hat die Lüftersteuerung integriert auch, auch zum allerersten Mal übrigens mit dabei eine Nachlaufsteuerung, das heißt, wenn der Rechner ausgemacht wird, laufen die Lüfter drei Minuten noch nach. Ein sehr auffälliges Design, dafür haben wir ein Berliner Designbüro beauftragt, haben uns zahlreiche sehr, sehr schöne Designs gemacht. Das hier war das, unserer Meinung nach, das ausgefallenste. Könnt ihr ja gerne mal kommentieren, was ihr von dem Design haltet, da es ja jetzt zum ersten Mal gezeigt wird. Zum vollmodularen Kabelmanagement ist übrigens ganz wichtig, wir werden auch in Zukunft extra Kabelsätze anbieten, in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Steckermöglichkeiten. Auch ein explizierer Wunsch von unseren Kunden. Wird erhältlich sein in 650, 750, 850 und 1000 Watt. 650 Watt geht los, Marktpreis ungefähr knapp unter 100 Euro spät. Dankeschön.